Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Busbetriebs-Simulators, dem neuen DLC für Umsee 2 auf der Linie 253 auf Gladbeck, dem Payroll-Add-On. Ja, wir immer noch unterwegs, zwei Folgen hinter uns, dritte im Anmarsch, immer noch Schneegestöber des Jahrtausends, Kälte, Nässe und mein Bus sieht danach aus wie Sau. So, hallo in der Kurve, Standbild ist scheiße, rum, Autsch, Au, A, U, A, Amos, Ai, U, Eng, passt, kann, ich kann's halt und ich häng auf dem Bürgerstrich, schön, oder ich kann's doch nicht. Und wir sammeln mal eben hier die Oma ein, dass die mit ihrem kurzen Ballettrückchen hier nicht mitten in der Kette rumgammeln muss. Oma, lauf nicht so weit. Zack. Und die sagt nicht mal hallo. Nur für sie angehalten und sie sagt nicht hallo. Hü, Entschuldigung. Sowas mag, ja. So, rundum. Rundum. Der Gladbeckermarktplatz, perfekt. All me, all me. Oh Gott, das neue Aldi-Logo. Oh nein, es ist kein Product placement. So, jetzt wollte ich grad was trinken, aber obwohl, hier ist ne Ampel. Die ist rot. Und das zeichnet, ich hab Standbild. Und auch ein Süßmier, und auch ein Schwarzbild. Äh, ist auch gut. Ist nicht nur, ah, da, ja. Wir haben alle wieder ein Bild. Bottrop, alle Linien, Oberhof. Habe ich Oberhof auf dem Zettel? Entschuldigung. Hi, hey. Hallo? Meine Mute-Taste will nicht. Keiner meine Mute-Taste will. Ich müsste garantiert geradeaus. Ja, ich muss auf jeden Fall geradeaus. Ich entschuldige mich für den Nieser. Aber ich hab bei der Mute-Taste gedrückt. Aber die Funktion hockt nicht. Ich frag mich nur, warum. Also, ich hätte da schon spontan auch ne Idee. Zack. Äh. Noch die Skilabros aktiviert. Gucken wir mal, ob die sich jetzt öffnet. Weil das ja diese Nieser-Taste sind. Zack. Aber ich muss jetzt erstmal kurz fahren. Und werde dann nebenbei mal kurz da rüber gucken, wo dran ist die könnte. So. Äh. Erheiterte Einstellung. Äh. Makro-Tasten. Shift-String-B. Hallo. Hallöle. Äh. Hotkeys. Aufnahme. Mikro vom Newton. So, da bin ich wieder. Ja, wird. Ich hab mal kurz meine Tasten eingestellt. Und? Sie funktioniert aber noch nicht. Läuft. Eine Ahnung, warum. Ich glaub ich mir ja. Wow. Einspringender Bus. Happy Birthday. Hey, hey, hey. Fliegender Bus. Yay. Ich hab was. Ich hab was. Das ist ja alles noch um sie erlebt. Leck. Wenn er jetzt wieder springt. Oberhof. Oberhof. Gerade abbiegen. Aber weiß ich, wo wir sind. Da war uns die Betriebshof. Keine Ahnung, was da jetzt gerade wieder gesprungen ist. Leckt mich, du Marsch. Springen am Bus. Partybus. Datenbankfehler. Neues Video abgelautet. Shit. Wer interessiert es? Keine Ahnung. Danke. So, wir rollen nochmal einen Meter vor. Oder? Und der spricht schon wieder. Hallo. Bus. Frag mich nicht, warum. Oh, es wird grün. Direkt fahren. Nicht anhalten. Direkt fahren. Äh. Ja. Um sie macht mir Angst. Spiegelfeder. Strick. Benchmark. Warum macht der einen Benchmark? Der soll keinen Benchmark machen. Fick dich. Fick dich. Hallöle Bus. Alle Linien. Ach nein, das heißt, ich muss wahrscheinlich gerade... Wow. Warum macht der jetzt einen Benchmark? Fick dich. Hallo? Warum machst du einen Benchmark? Kann mir einfach mal irgendeinen erklären, warum um sie hier gerade einen Benchmark-Test macht. 253. Nein. Ich muss jetzt mal kurz gucken hier. Hallo? Will ich eigentlich jemanden aussteigen? Lass ich die da vorne jetzt raus? Fickt euch doch. Benchmark 2. Warum Benchmark? Kann mir das mal irgendein erklären? Options. Kann ich irgendwo was einstellen? Benchmark deaktivieren oder sowas? Benchmark map safe. Mir doch. Egal. Zurück zum Spiel. So, ich hoffe, wir haben's. Wenn nicht, äh, wenn ich rausgucken. Ja, kann ich. Ich bin nur... Uuuhu. Heiß. Hammermäßig. Geil. So. Ich bin auch wieder da. Ich bin nachher auch geliefert. Ich hab drei Minuten Pause. Und hier steht hier kein Mensch. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde einfach drei Minuten mal vorspulen. Zack. Und dann einfach losfahren. Ein, zwei, drei. Äh, drei. Und dann müsste das doch jetzt passen. Genau. Fragt mich nicht, warum um sie jetzt einen Benchmark-Test macht. Und das direkt in Aufnahme. Läuft. Fliegender Bus. Texturfehler. Nö. Güteplatz. Ja. Kriegen wir hin. Weil das ist direkt da vorne rein. Um sie macht einen Benchmark-Test. Ob es hier ein Qualspiel. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt sehe ich was. Nö. Er ist gerade aus. Yay. Läuft. Und bei diesem Plan kämpfe ich mich hinterher um. Läuft. Ich wollte ja letztes Mal aufnehmen. Linie SB91. Aktuell die längste Route auf Gladbeck. Auch wieder Bus-Betriebs-Simulator-Aufnahme. Eine Krab. Gut, dass ich die Folge nicht verpflichtet habe. Ich habe die auch gelöscht bisher. Also jetzt liegt nicht daran, dass ich die nur auf der Platte hätte. Ich habe die sogar gelöscht, weil die einfach scheiße waren. Guter Start. Scheiß mittlere Folge. Kein Ende. Das habe ich gedacht, das muss ich euch jetzt nicht gönnen. Und habe mir dann gedacht, komm. Machst du das einfach so. Dann habe ich halt andauernd irgendwelche Fehler gehabt. Und dann Updates. Und dann hin und her. Und haste nicht gesehen. Und irgendwann bin ich dazu gelandet. Fick dich, BBS. Ich meine, es ist was anderes. Und wollte jetzt auch eigentlich Solo-BBS aufnehmen. Also ganz normal ohne BBS. Habe es aber leider nicht geschafft. Zeitlich. Weil immer was dazwischen gekommen ist. Und ich dann immer wieder hin und her. Und dann neue Projekt. Und dann startet morgen auch Rainbow. Mit der Aufnahme. Falls für mich. Und da wollte ich auch noch üben heute Abend. Wir haben es jetzt aber auch gleich schon wieder. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. 10 Uhr. Kodieren ist 11, halb 12. Und bis du dann angefangen hast und im Spiel drin ist, ist es dann halb 1. Dann kannst du dich eigentlich direkt ins Bett legen. So theoretisch meine Theorie für heute Abend. Und beim Kodieren noch eben ein paar YouTube-Videos nachholen, nachschauen. Wie auch immer. Die man halt bisher noch nicht geschafft hat, wenn man zu nichts kommt. Und das hier ist auch so mäßig irgendwie für den Denkbus. Muss ich aber ganz kackenbreist so sagen. So. Was haben wir denn hier jetzt für Linien? 2. Nein. Ich muss da vorne hin. Oder 2. 5. 3. Perfekt. Ja. Ich muss hier in Göteplatz. Schimmel. Wir haben es geschafft. Göteplatz angekommen. Happy Birthday. Guten Tag. Hallo. Skyline spielt aber Taxi und H2. Könnte man auch mal wieder machen. Moin. Moin. Nenner mit einsteigen. Und wir lassen nochmal Leute einsteigen. Na sicher. Haben wir Zeit. Hallo. Moin. Moin. Moin Manfred. Manni Manfred. Willkommen bitte Preisstufe A. Einmal Preisstufe A. Aber sicher doch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zehn. Bitte. Willkommen bitte Preisstufe A. Preisstufe A. Hallo. Danke schön. Bitte. Und wir können, ja wir können. Wir rollen doch noch. So. 2, 5, 3. Hopp. 2, 5, 3. Ah das geht hier noch. Auto fahr bitte. Danke. 2, 5, 4. Sie muss hier vorne einmal halten. Ja. Muss ich. Hallo. 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 Moin moin. ich habe so hat eine preis zu fahrt bekommen Drehlinge So, wann ist denn Ankunft? Ging 23, aber es geht ja noch Oder 22, aber können wir die Folge doch noch 15 Minuten wenden Ich dachte, Ende wäre um 13 Also ein paar Minuten und dann noch eine Folge anfangen Hätte sich ja schon fast nicht mehr rentiert Aber es rentiert sich doch noch Und wir sind 1 Minute zu spät Lääh, 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 lääh Lääh, läuft Nordpark, Standbild Kein Sound, weißes Bild Springender Bus Omsi, fick dich Könnte es damit probieren Hä? Wie geht das denn? Mapfehler? Schwarz Bild Ich tritt einfach mal auf die Bremse Ah, Weiß Bild Schön Äh Ich kann keine Option aufrufen Der Scheinwäscher scheint noch zu funktionieren Screenshot geht auch Schön, dass ein Screenshot funktioniert Und das sind so Plagen, womit ich mich dann rumkämpfe Also ich bin jetzt schnell mal schon mal draußen Ah, ich bin draußen Have aber humbled Weil, keine Ahnung Menü Äh, das ist wenn ich jetzt um sie sage, beende dich einfach mal So, ich beende jetzt kurz die Aufnahme Kann sein, dass es keinen weiteren Teil gibt Und ich versuche das Problem jetzt nochmal kurz zu retten Wenn das nicht funktioniert, bedanke mich trotzdem fürs Mitmachen Ich hoffe, dass wir es bei der nächsten Folge vernünftig schaffen Bis danke Bis dann, danke, ciao